Benne, nun da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stieb. Ah. Das weiß ich doch schon, dafür bin ich doch ein Profi. Dieb, dieb. Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe, so halte ihn jemand. Yo, Mann. Komm her. Komm, komm, komm. Aladdin. Nee. Das musste sein. Toll, jetzt kann ich keiner mehr bestehlen, oder? Doch. Ich glaube, das Wegkrennen habe ich vergessen. Ja, komm her. Komm her, Opa. Durch die Wand. Haha. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Der Ausschnitt gefällt mir. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Assets. Ah, geil. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten? Einem Fremden. Auch ich kenne Verrat. Oha. Die nächste, die verraten wurde. So, Leonardo. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Das kann er auf jeden Fall. Der Junge kann alles. Wie, Leonardo da Vinci früher aussah. Ich glaube nicht so, wie er im Spiel aussieht, aber es wäre cool. Aber im Spiel sieht irgendwie jeder gut aus. Ja, ja, das habe ich jetzt verstanden. Da hinten die Frauen kann ich anhören. Oder die hier. Komm mal mit. Wir machen noch ein bisschen schneller. Ich bin mir sicher. Ja. Ja, ausdrücken. Ihre Augen. Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Wie ich nicht laufe. Ich muss sagen, mit der Stoppo, dann macht das viel mehr Spaß zu Let's Play. Aber ich muss eindeutig auch aufpassen, dass hier nicht so viel Asynchro wird. Ja, so kann man auch welche wegkriegen. Aber wisst ihr, das ist mir ein bisschen zu langsam. Ich werde mal mit euch über die Dächer gehen. Ich glaube, da kommt ihr nicht mit. Ja, das ist mir gerade schon klar. Ja, doch. Ihr könnt eigentlich auch die Wände hochklettern. Ist halt im Spiel gar nicht so unnormal. Die Wachen könnt ihr auch alle. Komm her. Komm her. Komm her, komm her. Komm. Ah. Scheiße. Kann ich schon irgendwie... Geht das? Mal gucken. Scheiße, das geht nicht. Wow. Auf welcher Seite ist mein Schwert? Scheiße. Warte mal. Wo ging das? Äh, wo geht denn das? Ah. Ich habe kein Schwert. Ups. Tut mir leid. Tut mir leid, Kumpel. Aber ich muss weg hier. Geronimo. Oh oh. Oh oh. Ey, auch geil verarscht. Nein. Nein. Leonato. Leonato. Ich habe doch gar nichts zum Kämpfen. Geht weg. Ich habe gar nichts zum Kämpfen, ihr Nussis, alter. Komm her. Kann ich vielleicht blocken? Moment. Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Na los. Fuck. Kann ich hier noch mit die Waffen abnehmen? Ich kann da bestimmt irgendwie die Waffen abnehmen. Scheiße. Scheiße. Fuck. Das wird ein langer Kampf. Scheiße. Komm, komm, komm. Scheiße. Haha. Scheiße. Wir brauchen... Ah, scheiße. Wir haben keinen Lebtrank. Wow. Noch mehr. Fuck. Schnauze. Komm, komm, komm. Was ist... No... Nein. Wow. Scheiße, habt ihr geblockt? Ich habe keinen Bock abzuhauen. Kommt, kommt, kommt. Alter, jetzt kloppen wir uns den ganzen Part hier rum mit denen. Bang, bang. Scheiße. Weg, weg. Weg, weg. Nochmal drei. Jetzt haue ich ab. Tut mir leid. Wow. Lass mich weg. Weg, weg. Schneller. Kletter, schneller. Scheiße. Ich hätte schlecht von Anfang an tun sollen, oder? Ja. Achso. So, jetzt muss ich nochmal zu Leonardo da Vinci, aber wirklich mal schnell. Und schon wieder. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Ja. Leonardo. Oh, ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, que pasticcio. Tutu santo giordo che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut. Na gut. Lass mal sehen. Faszinierend. Du bist. Ich gehe.